Hi Leute! Herzlich Willkommen zu Adopt-Meer! Ja, ich hab irgendwie mal... Also es ist einer der beliebtesten Spiele. Hab ich gesehen, was ihr gesehen? Oh, wir haben hier das Starter-Eck. Oh, na wie geht's dir? Wir gehen mal zusammen essen und schlafen. Abschließen. Hab mir natürlich auch schon mal reingeschaut. Ich hab ja auch schon alles gemacht. Starter-Eck. Ich hoffe am besten noch ein Bett. Dann können wir beide gleichzeitig schlafen. Oder ich lege mich darauf. Kann ich nicht. Ähm, ein... Bett. Kinderbett. So. Super. Und das ist auch schon fertig. Oh, man kann es auch direkt öffnen. Nö. So, da schlafen wir auch schon. Morgen! 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 Guten Morgen! Ich hab jetzt... Geschlafen! Jetzt... Geschlafen! Oh mein Gott! Was ist denn hier? Mootball. Eck... Wow, das ist wie schön... Wir sind zu teuer. Lavendel. Oh mein Gott, man kriegt daraus... ähm, hier. Marienkäfer. Cool. Golden Pinguin. Was stimmt daraus? Damit man sich direkt nach Hause teleportieren kann. Okay. Und... Hotdog... Er hat gerade irgendwas mit Hotdog gesehen. Ja, ja. Panda. Oh, wie süß. Kann man einen Limuladen- oder Hotdog-Stand kaufen? Und wir noch ein bisschen extra Geld verdienen? Ja komm, wir machen das. Achso, stimmt. Ich dachte, ich hatte den. So, ich kaufe mir am besten beides. Okay. Warum jetzt schon auf einen Euro? Warum? Hotdog-Stand. Danke. Ich will mal kein Haus kaufen. Das ist die rohe Buchse. So. Lecker Hotdog. One Dollar. Oder wollen wir für... Ich würde sagen, für drei Dollar. Und noch mal einen Limuladen-Stand. Ihr wirst natürlich auch wieder super freuen, wenn ihr den Video einen Daumen nach oben mich abonniert und auch die Glocke aktiviert, dann verpasst du bei mir überhaupt kein Video mehr. So, wirklich. So, dein Limonatenstand ist jetzt in deinem Winter. Okay, danke. Und ihr müsst duschen. Teuerbar diese Tür nochmal. Oh, ne. Bisschen zu teuer. Ich kaufe mir dann mal wenigstens ein Auto. Wer gibt es? Ah, Hilfe. Ach da. Ich hab gerade gefragt, hey, wo wollte ich hin? Auto. Hallo. Oh, ich wollte immer keiner lassen, was günstiges. Haben die irgendwann noch ein ganz kleines Fahrrad, das ich vielleicht nehmen könnte? Oder Grasse? Ach da. Wie teuer ist das? Ach, 75. Team Grün. Oder wollen wir Team Weiß sein? Hier. Schreibt das am besten einfach mal in die Kommentare, welches Team wir sein wollen bei welcher Farbe. und hier umändern. Mal. Was mir jetzt aussieht. So, Hauptsache, ich bin jetzt erstmal schneller unterwegs. Ehrlich. Ah! Lass, ich bin da einfach durchgefahren. Krass. Okay. Oh mein Gott. Was war das denn? Komm mal raus. Starte ich. Ich muss nicht mehr duschen. Okay. Super. Ey, geh doch duschen. Mach auch mal Licht an. Anni, du bist eh schon gleich fertig. Dann gehen wir einmal ab zur Hotspring. Ich fahre, ich fahre, ich fahre zu Hotspring. Hotsprings. Keine Ahnung, wie das heißt. Kann das Fahrrad auch kaputt gehen? Weil der Reifen dann schon so gewackelt. Guck, hier. Wäää! Wäää. Das seht ihr? Oh, wie süß. Hier haben alle einen Hund. Guck nur so ein Ei. Oh, die hat einen Haaren. Voll süß. Und noch mal deine Aufgabe. Oh, wie süß. Guck mal, wie süß der ist. Oh, die hat so eine Sonnbrille. Voll lustig. Eih. Ne, ne, ne. Das ist jetzt immer schön. Ich kann das auch so machen mit dir. Oh mein Gott. Na, wo bin ich? Hier oben bin ich. Hallo. Hier bin ich. Ah super, jetzt hat er alles auf Papier. Ich glaube, da draußen kommt mir kein Tier. Ja, und was ist das? Ich will es nicht sehen. Ich will es doch nicht sehen. Ich will es doch nicht sehen. Und, warte. Wir haben eine. Einen Hund haben wir. Na, du Hund. Oh, danke. Drei Dollar. Du hast Hunger. Okay, wir fahren mal zur Schule. Vielleicht hat die da ja ein bisschen Essen. Pizzeria kostet bestimmt Geld. Vielleicht kann ich mir was aus der Schule klauen. Schule mag ja niemand. Oh Gott, wie sieht das denn nach vorne aus? Was ist denn hier los? Okay. Okay. Komm, Hühnchen. Ich glaube, der Schule hat jetzt was zu essen hier. Oh ja, super. Hallo, darf ich noch heute essen? Ja, super. Dann komm mal. Ähm. Hier. Okay, geht leider nicht. Aber ihr habt doch gesehen, was ich dahin geschrieben habe, oder? Leute, ich muss ihn hier einmal kurz stumm machen, denn, ja. Kommen wir ab in der Sack gleich wieder. In der Sack. Ist doch, was ich hier oder. Oh ja. Wir schauen mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo. Leute, drückt jetzt mal alle auf den Like-Button. Dann kaufen wir uns mal eine. Ich gebe euch drei Sekunden Zeit. Drei, zwei, eins. Und hoffentlich habt ihr alle geliked. Hoffentlich auch. Und da holt es euch. Da hast du einen. Und was für eine... 35 und 40. Okay, würde ich auch Sinn ergeben. Nein. Ich habe eine Biene. Das ist ultra selten cool. Ich habe eine Biene. Ich muss baden, ich muss duschen, ich muss alles. Habe ich dadurch irgendwas gesehen mit so einem Haus da? Dass man sich das Haus da machen kann. Also Spawn. Ja, da. Bisschen zu teuer. Mal rein. Willkommen dann zu Hause, Biene. So. Was war das? So, ab zur Schule. Und ich wollte mich auch noch mal bedanken an die zwölf Abonnenten. Von null einfach auf zwölf innerhalb von 26 Tagen. Dankeschön. 26 Tage. Was ist das hier? Oh, wie süß. Hört ihr auch gerne. So, ab in die Schule. Hallo, Herr Lehrer. In der Schule darf nicht gedreht werden. Okay. Wenn wir das sagen, das war es auch mit dem Video. Ciao. Ciao. Au. Ciao. Kakao. Wuhu.